Die Fotos zu dieser Dia-Serie sind nicht mit einem Handy fotografiert und zumindest bei einigen Fotos habe ich den Bildausschnitt bewusst gewählt und nicht nur unmotiviert geknipst. Am Display erkennt man bei dem grellen Licht oft wirklich nichts. Daher ist auch der Sucher zum Einsatz gekommen. Die Erzählung beruht auf persönlicher Beobachtung und spiegelt möglicherweise nicht die volle Wahrheit wider.